Kiste 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 Ehe mit Mr. Klaus guckt wie die Kiste Was? Mal sehen, was mit mich drin ist. Ich ahne etwas, weil ich mag Musik, so wie wir alle sehr gerne, aber es gibt was, was ich noch viel, viel lieber mag. Öl für Knie zu kisten. Was ist das? Ein leckeres Croissant! Ich liebe Croissant! Moment mal! Ist ja da kein Marbelade drauf! Oh Mann! Meine Mama hat hier die Marmelade vergessen! Also mit Marmelade, was schmeckt das? Ohne? Nein! Und ihr müsst da auch irgendwas Ohne Marmelade drauf! Hallo? Das schmeckt! Helft ihr mir? Ja! Weil ich brauche jetzt einen Geschmacksverstärker! Und das machen wir so Ich esse das Croissant Und ihr ihr macht immer Macht mal alle Ja, das klingt gut! Ja, das klingt gut! Und dann macht ihr als zweites, macht ihr immer Ahhhh! Ein zweites! Ahhhh! Sehr gut! Ich sing jetzt mal was Und ihr guckt immer auf meinen Hut Dann müsst ihr welcher Geschmacksverstärker an Mit Marmelade drauf Mhhh! Oder Schokocreme Welch ein Hochgenuss Mhhh! So herrlich angenehm Ja, klasse! Aber manchmal reicht das nicht Manchmal Und wenn ich mir dieses Croissant hier so ansehe Dann ist das heute wohl der Fall Manchmal braucht man eine stärkende Geschmacksverstärker Und zwar den hier Boahhhh! Also zusammen Boahhhh! Wow! Ist schön, dass ausverkostet wird Oder wenn das nicht reicht kann man das so machen Lecker! Lecker! Und wenn das nicht reicht Dann machen wir so Wahnsinn! Wahnsinn! Dann würdest du uns nicht vor Ausgaben Nicht zurückhalten Also nochmal Wahnsinn! Und wenn ihr das alles nicht seht Dann gibts nur noch eins Ganz cool Der Habe Alles zu sagen, guckst das so cool wie ihr könnt Der Den 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 angeholt Und Den Den Jetzt muss ich auch noch eines machen, ihr guckt immer auf unsere Gesichter und auf den Mund und dann wisst ihr ganz genau, welcher Geschmacksverstärker kommt. Ah, ich habe einen Lieblingsschweißen, die teilt. Ich liebe Ausnahmsweise, sie ist ganz weich und noch viel süßer. Es ist ein Röntgen für die Sonne. Ich friehe, friehe, guckt davon. Es ist ein leckeres Croissant. Ach, der Geschmacksverstärker frei. Mit Marmelade drauf. Oder Schokokrie. Ich friehe, 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 friehe. Welch ein Buch genutzt. So herrlich angenehm. Ich friehe, 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 friehe. Ich friehe, 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 friehe. Wenn ich's will in den Turm schieben. Oh, wie wunderbar das schmeckt. Beinzig! Ich hab' das Paradigmen-Gate, der hat. Ich schließ die Augen um, ich öffne meinen Mund, die Zunge freut sich schon. ich schließ die Augen um, ich hatte diese Augen um, die ich war-Man im Team. Ich hab' die Augen um, Ich schieß die Augen um. Ich schrieb die Augen um. Vielen Dank.